Herzlich Willkommen zu unserer Bibelbetrachtung. Wir sind heute bei dem dritten Thema von diesem Studium über die Lehren Jesu. Wir haben gesehen, dass Jesus kam auf diese Welt, um uns den Charakter des Vaters zu zeigen. Wir haben gesehen, dass eine Erlösung des Menschen nur möglich ist, wenn er den Vater kennenlernt. Und deshalb wird Gott Mensch. Und Christus kommt und zeigt uns den Vater. Er zeigt uns, wie er ein Leben leben soll, wie ein Mensch ein Leben leben sollte unter der Führung des Geistes Gottes. Er kreuzigt in seinem ganzen Leben. Sein Ich am Ende, am Kreuz vernichtet er es endgültig und steht auf in einem neuen Wesen. Wir haben das in der zweiten Lektion gesehen, dass wir einen Erlöser brauchen. Dass Jesus Christus der Erlöser ist, der uns nicht nur befreit von den vergangenen Sünden, sondern der uns auch die Fähigkeit gibt, durch den Heiligen Geist so zu leben, wie er gelebt hat. Und dann wollen wir heute uns beschäftigen mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Es gibt kaum eine Lehre oder, wenn man so will, eine Person, die mehr umstritten ist, wie die des Heiligen Geistes. Es ist für mich aus der Sicht des Erlösungsplanes ersichtlich, warum am meisten über den Heiligen Geist gestritten wird in der Christenheit. Wenn man sieht, was letztendlich der Punkt ist. Ja, Gott musste sich offenbaren in dem Sohn, dass ich ihn kennenlerne. Gott musste bekannt werden dem Menschen. Christus musste kommen, um für den Menschen zu leben, um ihm ein Erlöser zu werden. Aber ohne, dass dieses Werk in das Herz des Menschen hineinkommt, ist alles, was geschieht, zwecklos. So der Geist Gottes ist, wenn man so will, das Zünglein an der Waage, dass ich erlöst werde. Der Geist Gottes ist der einzige, der mein Leben in Verbindung bringen kann mit dem Leben Jesu. Er ist das Bindeglied, wie wodurch das ganze Erlösungsgeschehen Gottes letztendlich im Leben eines jeden Menschen zu tragen kommt. Deshalb ist es verständlich, dass der Feind unserer Seelen uns hier am meisten betrügen möchte. Diese Verbindung zum Geist, dieses Leben mit dem Heiligen Geist, das möchte er verhindern. Und damit bringt er allerhand Theorien in den Umkreis, wenn man so will. Er bringt Dinge auf, die die Menschen untereinander zu streiten über das Thema des Heiligen Geistes. Weil wenn er das verhindern kann, dann hat er die Erlösung des Menschen verhindert. Ja, wir müssen den Vater kennenlernen. Der Sohn bringt uns den Vater. Aber damit das Wirkung hat in meinem Herzen ist nur durch den Heiligen Geist möglich. Und so ist es ganz verständlich, dass hier der Streitpunkt ist. Hier ist der Hauptkampf. Deshalb sieht man, wie hier Menschen anhand ihrer Ideen, die sie haben, die haben über den Heiligen Geist der einen und der anderen Seite am Ziel vorbeigehen und nie an die Erlösung herankommen können. Für mich persönlich, der ich so manches Mal teilnahm und diese Diskussionen kenne. Ich habe in meiner einfachen Denkweise einen einfachen Grundsatz. Wer die Frucht des Geistes hat, der hat Recht. Der hat Recht auch in der Lehre. Weil niemand kann aus sich heraus, ohne dass er den Heiligen Geist hat, die Frucht des Geistes haben. Und wer die Frucht des Geistes hat, hat den Geist, damit hat er auch die richtige Erkenntnis. Soweit ein Mensch überhaupt diese Erkenntnis über die Gottheit haben kann. Kann ich Gott verstehen? Kann ich verstehen, wie der Geist an jedem Menschen im Herzen ist, so wie wenn er die einzige Person ist, die es gibt auf Erden? Kann ich verstehen, dass ich mit Gott reden kann und er kann gleichzeitig mit dem ganzen Universum in Verbindung sein? Ist das menschlich verständlich? Mein Verstand kann es sicherlich nicht fassen. Deshalb möchte ich mich auf das konzentrieren, was mein Verstand, was unser menschlicher Verstand fassen kann. Das, was uns offenbart wurde im Worte Gottes über den Heiligen Geist. Und Jesus hat uns am meisten die Wirkung, die Notwendigkeit des Heiligen Geistes erklärt. Und darauf möchte ich, dass wir uns in diesen paar Minuten, die wir haben, um uns zu diesem Thema zu befassen, konzentrieren. Ich möchte nicht, dass wir in eine theoretische Diskussion verfallen, nicht um etwas, was ja unseren Geist irgendwie kitzelt, was vielleicht ein Geschmack ist auf der Zunge, aber letztendlich das Leben nicht nährt, dem Leben keine Kraft gibt. Das ist tote Theorie. Und von toter Theorie bin ich nach so vielen Jahren, nachdem ich aufgewachsen bin in dieser Adventgemeinde einfach satt. Ich möchte Lebendiges in meinem Leben erfahren. Ich möchte mich um die Dinge kümmern, die ich fassen und umsetzen kann. Deshalb wollen wir uns in dieser Stunde, wenn wir um den Heiligen Geist sprechen, uns auf das konzentrieren, was unserem Herzen die Kraft gibt, was unser Leben umwandelt, was praktisch ist. Weil letztendlich zählt nur das im Leben eines Menschen zählt nur das im Leben eines Menschen. Jede Lehre, die ich habe, die ich nicht in die Praxis umsetzen kann, ist nicht hilfreich. Jede Lehre, die mich nicht umwandelt von einem fleischlichen Menschen, der ich im Fleische geboren bin und mir nicht den Geist bringt, der das Fleisch überwinden kann, ist hinfällig, ist sinnlos. Deshalb lasst uns zu der wichtigsten Frage kommen, die mich beschäftigt und die uns, denke ich, alle beschäftigen sollten, ist, wie oder wozu? Die zwei Fragen. Wie komme ich in eine Beziehung zum Heiligen Geist und wozu brauche ich ihn? So, als Jesus mit Nikodemus sich traf, als dieser gelehrte Mann zu Jesus kommt bei Nacht, redet Jesus nicht mit ihm und tritt nicht mit ihm in eine Diskussion, in der er gekommen war, sondern er geht direkt auf die Not des Herzens des Nikodemus ein und sagt ihm, wenn ein Mensch nicht geboren wird aus Wasser und Geist, kann er das Himmelreich nicht sehen. Das steht im Johannes Kapitel 3, Vers 3 und 4 und 5. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Es ist also entscheidend, wir müssen vom Geist geboren werden. Wir brauchen eine neue Sicht der Dinge. Wir brauchen ein neues Auge, wenn man es so will, dass unseren Geist lenkt und leitet. Und ohne das ist kein Leben möglich, ohne das gibt es kein ewiges Leben, kann niemand in das Reich Gottes kommen. So, ich brauche also eine neue Geburt. Diese neue Geburt ist gegeben durch den Tod der alten Geburt, das ist die Geburt aus dem Wasser. Durch das Wasser tauche ich mich ein und sterbe. Das ist das Bild, das uns hier vermittelt wird aus Wasser und Geist. So, das Wasser tötet die alte Natur, wenn man so will. Ich muss der alten Natur gegenüber sterben. Ich muss dem Fleisch gegenüber sterben und muss leben aus dem Geist. Als Johannes, der Täufer, Jesus ankündigt, sagt er, ich taufe euch mit Wasser. Aber es kommt eine nach mir, dem ich nicht wert bin, die Schuhbinden zu knüpfen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Das heißt, er bringt euch das, was euch letztendlich erlöst. Ich bin der Vorbereiter. Ja, ich muss sterben, bevor ich leben kann. Aber der Tod bringt nicht das Leben. Der Tod bringt nur die Vernichtung der einen Natur. Der Geist bringt das Leben der Neuen, der göttlichen Natur. So, lasst uns das klar vor Augen halten, wenn wir vom Heiligen Geist sprechen. Er ist der Einzige, durch den wir ein neues Leben führen können. Ohne ihn gibt es kein neues Leben. Ohne ihn sind und bleiben wir tot. So, wie können wir das in ein Bild umsetzen, dass wir es verstehen? Dass wir verstehen, dass wir ohne den Geist Gottes tot sind. So, lasst uns deshalb die drei Herzen anschauen, die der Mensch hat oder die drei Typos. Ich möchte deshalb ganz kurz darauf eingehen, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Wie er gemacht war in seinem Ursprung, dass er funktionierte. So viel wie ich heute davon verstehe. Gott schafft den Menschen und der Mensch ist aus Erde und dem Hauch Gottes und dem Geist gemacht. Und als Adam und Eva geschaffen wurden, hatten sie ein Herz. Das ist das Herz und in diesem Herzen wohnte die Liebe. In diesem Herzen wohnte die Liebe. Weil das Herz, der Geist des Adam eine Verbindung hatte zum Heiligen Geist. Das heißt, das Leben des Menschen war nur möglich, so hat es Gott gemacht, dass der Geist des Menschen und der Heilige Geist zusammenleben. Der Geist braucht Nahrung. Der Geist braucht Information. Er braucht, woher er sich nähern soll. Und Gott hat ihm in ins Herz gegeben. Dort, wo der Geist seine Entscheidungen trifft, dort war der Heilige Geist. Und der Mensch, Adam und der Heilige Geist lebten in völliger Harmonie miteinander. Und so war das Ergebnis, dass der Adam alles, was er tat, aus Liebe tat. Aber dass der Heilige Geist den Menschen nicht beherrscht, sondern ihm nur die Kraft zur Verfügung gibt und sein Leben lenkt. Nicht wie einer, der selbst die Knöpfe drückt, sondern wie einer, der in einem Zusammenwirken ist. Und es ist nicht ein Beherrschen. Ja, es ist eine Hierarchie. Mein Geist hört auf den Heiligen Geist. Ich bin ein Geschöpf. Der Geist ist Gott. So, ich unterstelle mich dem Geiste Gottes. Ich höre auf ihn. Ich bin der, der ihm gehorsam ist. Und dadurch habe ich die Kraft, die er mir zur Verfügung stellt. Ja, ich bin unter dem Heiligen Geist. Und dennoch bin ich nicht beherrscht vom Heiligen Geist, auch wenn ich unter ihm stehe. Weil Gottes Art, das Wesen Gottes, ist nicht Beherrschung. Das Wesen Gottes ist Liebe. Und Liebe arbeitet zusammen. In einer klaren Hierarchie. Aber der Geist des Menschen hört freiwillig auf den Geiste Gottes. So, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Der Mensch konnte sündigen, weil Gottes Geist, der Heilige Geist, ihn nicht beherrschte oder bedrängte. Der Mensch konnte seine Entscheidung treffen und gegen den Heiligen Geist mit seinem Geist sich entscheiden. Das beweist die Tatsache, dass der Geist Gottes nicht beherrschend ist. Es ist mir wichtig, dass wir diesen Punkt verstehen. Weil es zeigt etwas aus über den Charakter Gottes, der uns durcheinander bringt, wenn wir denken, Gott möchte uns beherrschen und bestimmen. Wir haben manchmal das Bild vor Augen, dass wenn wir den Geist Gottes in unserem Leben geben, wir haben dieses Bild, ich bin der Chauffeur, der fährt mit meinem Auto. Und jetzt kommt Jesus in mein Leben. Und so mancher stellt das so dar, wie wenn jetzt Jesus die Lenkung übernimmt. Das wäre Beherrschen. Dann wäre für alle meine Taten nicht ich verantwortlich. Wenn mein Leben irgendwo in den Graben gefahren würde, dann wäre Gott verantwortlich, weil ich habe mir ja das Lenkrad übergeben. Dann würde das das Konzept der Schöpfung Gottes null und nicht ich machen. So er gibt und schafft mich in seinem Ebenbilde mit einem Geist, der nicht nur auf gewisse Befehle hört, wie es bei den Tieren ist, sondern es ist ein Geist, der selber eine Verantwortung trägt für das, was er tut. So, das ist entscheidend zu verstehen. Der Adam kann sündigen, er kann den Heiligen Geist zur Seite tun, sagen, ich will jetzt nicht auf dich hören, ich will jetzt nicht das tun, was das Gebot Gottes sagt, nicht zu essen, sondern ich tue jetzt das, was ich entscheide, nämlich, ich esse von der verbotenen Frucht. Und damit kommt, wird aus dem Herzen des Adam nicht mehr ein liebevolles Herz, da ist nicht mehr ein liebevolles Herz, sondern hier ist Stolz und Egoismus hier ist nur noch der Geist Adams ohne den Geist Gottes. Und ohne den Geist Gottes ist jetzt hier das, wenn man so will, das Loch entstanden, die Unfähigkeit entstanden, frei zu denken und jetzt ist der Geist des Adams unter der Herrschaft des Bösen. Das heißt, kein Mensch Kein Mensch kann in seinem eigenen Herzen dem Geist des Teufels, dem den Anfechtungen des Bösen widerstehen. Jeder Mensch getrennt vom Heiligen Geist kann nur aus einem Herzen von Stolz und Egoismus tun, was er tut. Und das ist immer Sinn. Die besten Taten aus Stolz und Egoismus getan sind befleckt. Sie sind nicht Liebe. Sie gehen, sie sind zugunsten von mir. Sie sind, weil ich es um meinet Willen tue. Ich tue es nicht aus Liebe heraus. So, das ist der Punkt, wo der Ungehorsam den Adam und den Rest der Welt gebracht hat. Jeder Mensch, wenn er geboren ist, hat keine Fähigkeit, dem Bösen zu widerstehen. Er hat keine Fähigkeit, das Gute zu tun. Deshalb muss er von Neuem geboren werden. Er muss von Neuem geboren werden, aus Wasser und Geist. Etwas muss in seinem Leben passieren, damit er jetzt fähig ist, wie am Ursprung, wie Gott sich das gedacht hatte, dass der Mensch und der Geist des Menschen mit seinem Geist kommuniziert, dass er ausleben kann, das richtige Leben. hier ist Leben. Das hier ist der Tod. Und von hier müssen wir herauskommen. Das ist der einzige Weg, den wir haben, ist, dass wir von hier rauskommen. Sonst sind und bleiben wir im Tode. Ich möchte diesen Gedanken noch ein bisschen vertiefen. Es gibt ein Gleichnis, das Jesus erzählt, von den fünf klugen und dann von den fünf törichten Jungfrauen, die warten auf Jesus wiederkommen. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Beide sind gläubig. Beide haben die richtige Lehre. Beide warten auf Christus zu kommen. Beide haben Lampen so gewisse nach außen Zeugnis, dass sie zu Christus, zu Gott gehören. Aber jetzt kommt die Krise, jetzt kommt die Verspätung. Und in der Verspätung zeigt sich, dass fünf kein Öl hatten, ihnen fehlte der Geist Gottes. So, die törichten Jungfrauen hatten kein neugeborenes Herz. Oder sie waren mal neugeboren, aber sie haben nicht weiterhin gelebt mit Gottes Geist und sind nicht umgewandelt worden zu Menschen, die die Frucht des Geistes tragen, die Liebe Gottes ausleben. Sie hatten eine theoretische Kenntnis, waren aber nicht gefallen auf den Felsen, ihr Herz war nicht zerstellt, ihr das Böse in ihnen war nicht gestorben und anstelle der Geist gekommen, sie waren zwar im Geiste, in ihrem eigenen konnten sie verstehen die Wahrheit, aber sie konnten sie in der Krise nicht ausleben und was zählt letztendlich ist nicht was ich verstehe, nicht was ich begreifen kann mit meinem Geist, sondern was ich tun kann in meinem Leben. Das Tun ist das Entscheidende, nicht das Verstehen und die Erkenntnis, sie ist natürlich der Beginn, aber sie ist nicht das Ende. So, man kann also die richtigen Lehren haben, man kann sich streiten über die richtige Lehre und man kann dennoch am Himmelreich vorbeigehen und dort landen, wo Satan landet, im Feuer, das ihn zerstört, dort landet, wo genau derselbe Übeltäter, der alles böse im Leben getan hat, landet in diesem feurigen Fuhl, wie es geschrieben steht, in der Offenbarung 20. Und hier landet auch der, der zu den fünftörichten Jungfrauen gehört, nämlich, er hat aber gehalten, er hat sich nach außen hin, so wie der Nikodemus, so wie der reiche Jüngling, an die Formen gehalten, er hat etwas nach außen gezeigt, was aber im Inneren Hohl war. So entscheidend ist nicht, ich sage jetzt mal, wie super gut ich äußerliche Dinge tun kann, sondern aus welcher Motivation heraus ich sie tue, von wem nehme ich die Kraft es zu tun, um wessen Willen tue ich, was ich tue. Ich denke, das ist wichtig, dass wir verstehen. Wir werden alle geboren mit unserer sündigen Natur, mit dem Fleisch, das dem Gesetz Gottes nicht untertämlich ist. Und es ist erstaunlich, dieses Fleisch kann viele Dinge tun aus sich heraus, die so aussehen, wie wenn sie christlich sind. Ich kann sehr betrogen sein in meinem Herzen und denken, ich bin mit Gott, sogar denken, ich habe den Heiligen Geist, denken, ich bin erlöst und bin es doch nicht. Deshalb kann nur die Krise, deshalb kann nur der Test es letztendlich beweisen. nur der Test beweist, was los ist. Nur der Test beweist, was wirklich in dem Herzen ist. Deshalb als die Verspätung kam, bewies sich, dass fünf waren töricht. Fünf. Ja, sie waren Jungfrauen. Sie waren in der Gemeinde Gottes. Sie waren namens Christen. Sie waren ehrlich, aber ihnen fehlte der Geist. Ihnen fehlte das Öl, ihnen fehlte die Kraft Gottes in ihrem Leben. Das ist das Gefährliche an der ganzen Sache. Wir können mit unserem Geist gewisse Dinge verstehen. Wir können erkennen, wie der Erlösungsplan läuft, aber wir können ihn nie aus uns heraus erfüllen, außer durch den Heiligen Geist, durch das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Herzen. Nur damit kann ich erlöst werden. Nur damit kann ich ins Himmelreich kommen. Deshalb muss ich mich prüfen. Was tue ich? Bin ich in der Krise? Der, der die Frucht des Geistes offenbart? Geduld, Freundlichkeit, Friede, Freude, Selbstbeherrschung. Sind das die Fähigkeiten, die in meinem Leben immer mehr sehe, dass sie sich entwickeln? Oder lebe ich ein Leben, das schon 20 Jahre so geht, in derselben christlichen Trott, wenn ich so will. Und denke, alles ist gut. Ich gehe in die Gemeinde, ich halte meinen Platz dort warm, ich habe gute Theorien, ich rede und erkläre, was richtig und was falsch ist, habe ein ganz scharfes Vermögen, bei den anderen den Fehler zu sehen und denke, naja, ich werde es am Ende zu Erlösung schaffen. Die Wahrheit ist, dass das ein Betrug ist. Nur das Wirken des Geistes in meinem Leben ist die Garantie meiner Erlösung. Weil ich muss in der Krisenzeit, in der Wartezeit beweisen, dass ich ihn habe. Dann kommt er zum Vorschein, dann kommt das Wirken des Geistes klar und deutlich hervor. Und als der Bräutigam kam, hatten nur fünf das Öl. Nur fünf brannten. Nur fünf hatten den Geist. Die anderen hatten ihn nicht. Und mussten die Worte hören, die schaudrigsten und schlimmsten Worte. Ich kenne euch nicht. Wer seid ihr? Ich kenne euch nicht. Ich möchte ein Zitat lesen aus dem Leben Jesu zu der Notwendigkeit des Heiligen Geistes. Jesus spricht ja in Johannes 14, 15, 16 ganz besonders viel über den Heiligen Geist. Und Ellen White beschreibt es hier im Leben Jesu oder der eine Jesus Christus auf Seite 670 in dem 73. Kapitel, Kapitel, das ich jedem empfehle zu lesen. Indem Jesus seinen Jüngern das Amt des Heiligen Geistes beschrieb, versuchte er in ihnen die Freude und Hoffnung zu erwecken, die ihn selbst beseelte. Er freute sich über die reiche Unterstützung, die für seine Gemeinde vorgesehen war. Denn der Heilige Geist war die wertvollste aller Gaben, die er von seinem Vater zur Erhöhung seines Volkes erbitten konnte. Dieser Geist sollte uns als eine erneuende Kraft erfüllen, ohne die das Opfer Christi wertlos gewesen wäre. Ohne die das Opfer Christi wertlos für uns ist. Schaut warum. Der Hang zum Bösen war jahrhundertelang gestärkt worden. Mein Geist war gefangen. Satan konnte mich versuchen und ich musste ihm gehorchen, weil ich keine Fähigkeit hatte, es anders zu tun, außer so gestärkt worden. Und die Unterwerfung der Menschen unter diese satanische Knechtschaft war höchst bestürzend. Ja, keiner konnte mehr, keiner kann widerstehen. Nur durch die machtvolle Kraft der dritten Person der Gottheit konnte der Sünde widerstanden und sie überwunden werden. Nur der Heilige Geist sollte nicht in beschränktem Maße, sondern in der Fülle göttlicher Kraft über ihn ausgegossen werden. Er macht lebendig, was der Heiland der Welt erwirkt hat. Verstehen wir den Zusammenhang? Ellen White hat es wunderbar verstanden. Es nutzt nichts, wenn Jesus stirbt am Kreuz, wenn das nicht in mein Leben transportiert wird. Und das Transportmittel, der Weg, die Kraft, damit ich ein neues Leben führen kann, geht nur über den Heiligen Geist. Er macht lebendig, was der Heiland der Welt erwirkt hat. Das ist ein super Satz. Er macht lebendig, was der Heiland der Welt erwirkt hat. Und ich werde es gleich nachher anmalen, was das bedeutet. Er reinigt das Herz und durch ihn wird der gläubige Teilhaber der göttlichen Natur. Christus hat seinen Geist als eine göttliche Kraft gegeben, um alle ererbten und anerzogenen Neigungen zum Bösen zu überwinden und seiner Gemeinde sein Wesen einzuprägen. Das ist das Licht, auf das dass die Welt wartet, offenbart zu werden, dass die Welt sieht, wie Gott ist in unserem Leben. Ohne den Heiligen Geist stellen wir uns selbst dar. Mit dem Heiligen Geist stellen wir Gott dar. Das ist unser Ziel, das ist der Zweck unseres Lebens. Ohne den Geist ist jedes Bemühen eines Menschen null und nichtig. ohne den Geist ist und bleibt der Tod. Deshalb musste Jesus dem Nikodemus das so klar vor Augen führen. Nikodemus, du bist in deinen Augen ein guter Mensch. Du tust vieles Gutes und ja, du bist ehrlich, aber wenn du nicht von Neuem geboren wirst, aus Wasser und Geist, dann nutzt dir das alles nicht. Dann ist das aus einer Motivation, aus einem Herzen kommt das heraus, das nicht fähig ist, das Gesetz Gottes zu halten, Liebe zu geben. Ist der Stolz und Egoismus können die Liebe so imitieren, dass sogar der, der liebt, als stolz und egoistisch dargestellt wird. das heißt, Stolz und Egoismus sind nicht einfach von der Liebe zu trennen an der Oberfläche. Weil dieselbe Tat kann aus Stolz kommen, aus Egoismus und die andere aus Liebe. So, ich kann eine vegane Ernährung haben, ich kann mich Sabbat für Sabbat in die Gemeinde setzen und ich kann strikt den Sabbat halten, indem ich nichts Verbotenes tue ohne den Geist und ich kann dasselbe tun durch den Geist das eine wird mich verdammen, das andere wird mich erlösen. Deshalb lasst uns diese Grundidee verstehen. Der Geist Gottes ist ein Element des Lebens für den Menschen. Er wurde so geschaffen, dass der Mensch nur mit dem Geist Gottes zusammenwirkt. Er ist sozusagen die Kraft, die Gott in das Herz des Menschen gelegt hat, als er ihn schuf. Der Mensch sollte nie getrennt werden vom Heiligen Geist. Der Geist des Menschen sollte in seinem Herzen in seiner an dem Ort, er seine Entscheidungen trifft, dort sollte er immer mit dem Geist Gottes kooperieren. Aber er hat ihn rausgestoßen durch sein Ungehorsen und wurde ein Sklave des Bösen. Und jetzt ist es klar, ein neues Leben kann nur dann entstehen, wenn der Geist wieder zurückkehrt, dort an den Ort, wo er durch die Schöpfung hineingesetzt war, dass er zusammen mit den Menschen wirkt. Aber wie soll das geschehen? Ich muss die Dings wie soll das geschehen? Wie kommt er in mein Leben? Es gibt einen sehr schönen Bibelvers, der das auf den Punkt bringt. er steht in Apostelgeschichte 5 Vers 32 Apostelgeschichte 5 Vers 32 Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Es gibt also eine Bedingung, dass der Mensch wieder in den Genuss des Geistes kommt. Der Geist Gottes kann nicht ausgegossen werden auf einen Menschen, der es nicht will. Auf einen Menschen, der nicht eine präzise Entscheidung trifft in seinem Leben. Und diese Entscheidung muss sein zu gehorchen. Ich kam zurück aus dem Tod ins Leben nach mehr als 20 Jahren des Wandens in der Wüste, indem Gott mich vor die Wahl stellte, bei meiner Familie zu bleiben oder meinem eigenen Weg zu gehen zu wollen und mich scheiden zu lassen. Ich hatte die Wahl, bin Gott so dankbar, dass er so gewirkt hat, dass ich mich entscheide für sein Gesetz, für seinen Willen und als ich mich entschied für seinen Willen, kam der Geist in mein Leben. Er kam hinein und alle meine Süchte, all das, wo ich gefangen war in der Sünde, waren auf einen einzigen Augenblick durch seine Gegenwart verbannt. und werden für immer verbannt bleiben, solange ich ihn nicht aus meinem Herzen hinaustreibe, indem ich gegen den Willen Gottes bewusst handle. Solange ich ihn durch meinen Ungehorsam, es ist ein bewusster Ungehorsam, nicht einer, wo ich noch nicht die Kontrolle habe darüber, hinauswerfe, wird der Geist Gottes immer in meinem Herzen bleiben. Weil Jesus hatte es so versprochen, in in seinem Vers, als er von dem Heiligen Geist spricht, in Johannes Kapitel 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 16 oder 14 sogar Johannes 14 Vers 16 15 und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster oder Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. So, wenn ein Mensch von Neuem geboren wird und der Geist Gottes kommt in sein Leben, dann soll dieser Geist wie lange dort bleiben? In alle Ewigkeit. So, der Mensch wird dadurch rekonstruiert. Das, was am Anfang kaputt ging, wird wieder hergestellt. Das ist das, was auch Ellen White hier so schön beschreibt. Er macht lebendig, was der Heiland der Welt verkündigt hat. Der Heilige Geist macht lebendig, was der Heiland der Welt verkündigt hat. Er reinigt das Herz und durch ihn wird der gläubige Teilhaber der göttlichen Natur. Christus hat seinen Geist als eine göttliche Kraft gegeben, um alle ererbten und anerzogenen Neigungen zum Bösen zu überwinden. Schaut, die große Idee, die es heute in der Christenheit gibt, das wir nicht überwinden können, ist eine Lehre des Teufels. Sie ist eine Lehre, die Gottes Geist unfähig macht, aus mir, einem sündigen Menschen, einen neuen zu schaffen. Es ist eine Lehre, die dem Geist Gottes die Kraft nimmt, dass es möglich ist, es ist eine schlimme Sache, wenn der Mensch sagt, ja, ich will von Neuem geboren werden, aber ich weiß, meine anerzogenen und ererbte Neigung zum Bösen kann ich doch nicht überwinden. Wie soll ich das tun? Ich nehme an, ich bin geboren mit einer Neigung zur Homosexualität oder ich bin geboren zu einer Neigung in meinem Appetit zu weiß ich welcher Ausschweifung und jetzt bleibe ich als Sklave? Das würde bedeuten, der Heilige Geist ist machtlos ein Leben zu verändern. Aber ist er das wirklich? denen denen, die den Heiligen Geist bekommen. Wir haben das noch in anderen Betrachtungen gesehen. Die Bibel sagt, der Geist ist mächtiger wie das Fleisch. Paulus sagt in Römer 8, was ich danke Jesus Christus, der mich durch das die Macht des Geistes, durch das Gesetz des Geistes Lesen wir es, dass wir es nicht falsch zitieren, um nicht falsch verstanden zu werden. Römer 8, Vers 2, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes und damit beschreibt, er hat mich freigemacht, dass ich der Sünde weiter diene. Er tötet mein Fleisch, der Geist ist stärker wie das Fleisch und da er stärker ist wie das Fleisch. Damit gibt es einen Sieg über alle ererbten und anerzogenen Neigungen des Fleisches und Impulse des Fleisches. Wäre ja schlimm, wenn der Heilige Geist unfähig wäre, meinem Geist zu helfen, zu stärken, wiederher zu stellen, vernünftig zu denken und zu handeln und aus der Gefangenschaft heraus zu kommen, dann wäre das ganze Evangelium ein Nichts, eine Nichts sagende Theorie, eine Verdeckung der Not des Menschen. Christus hat seinen Geist als göttliche Kraft gegeben, um alle ererbten und anerzogenen Neigungen zum Bösen zu überwinden und seine Gemeinde, sein Wesen aufzuprägen. Christus kam, das Wesen des Vaters zu zeigen. Der Geist kommt, um uns das Wesen Christi wieder zu bringen. Aber dabei muss das Fleisch getötet werden. Aber das Fleisch kann nicht getötet werden, es sei denn ich treffe eine Entscheidung. Diese Entscheidung muss ich anhand meines Verstandes treffen, die kann ich nicht mit meinem Herzen treffen, weil dort ist das Böse, dort ist Stolz und Egoismus. Das wählt Gott nicht. Deshalb durch die Gnade Gottes bekommen wir eine Verstandes Wahl, damit Gottes Geist wieder einziehen kann in unser Herzen und von dort aus den Menschen wieder erneuern. Wie sieht das aus? Ich möchte das deutlich machen. Von dem Tod sagt die Schrift komme ich durch den Glauben zum Leben und Glauben ist gleich Gehorsam Glauben und Gehorsam ist nicht zertrennbar voneinander. Wer glaubt, gehorcht. Wer Gott sagte oder machte mir damals klar durch den Gedanken, den er mir eingab am 1. Juni 2003, wenn du auf meine Gebote achten wirst, dann werde ich mich um deine Bedürfnisse kümmern. Er macht klar, dass er, wenn ich seine Gebote halte, die kann ich nur durch den Glauben halten wollen, weil ich glaube, dass er meine Bedürfnisse befriedigen kann. Deshalb konnte ich diesen Schritt tun und mich entscheiden, bei meiner Familie zu bleiben. durch den Schritt des Glaubens, der verbunden ist mit Gehorsam, das geht nicht eins und das andere, werde ich wieder hergestellt, komme ich wieder zum Leben. Nun habe ich hier meinen Geist, nehmen wir wieder den Geist Arams oder und was ist jetzt wieder im Herzen? Jetzt durch den Glauben kommt plus der Heilige Geist. Aber hier, wo der Heilige Geist hineinkommt, herrscht auch noch eine andere Natur und das ist die fleischliche Natur und das ist Stolz und Egoismus, wodurch ich dem Bösen zum Sklaven geworden bin. So, ich komme zum Leben, das Stolz und Egoismus ist noch nicht endgültig besiegt und damit wir es besser verstehen, wie das vorangeht, vielleicht male ich es hier unten noch einmal an. Wenn das unser Herz ist, bevor der Geist Gottes in unser Herz hineinkommt, ist es besetzt von dem Fleisch und dieses Fleisch ist das, was uns in der Sünde gefangen hält. Und jetzt durch eine Entscheidung, durch eine Entscheidung, durch eine Entscheidung, die ich treffen muss, in meinem Verstand, dem Gesetz Gottes zu gehorchen, kommt der Geist Gottes, durch diese Entscheidung, kommt er in mein Leben und er übernimmt den Teil aus meinem Leben, den ich ihm durch meine Entscheidung gegeben habe. Aber der Rest meines Herzens ist immer noch besetzt von der sündige Natur. Deshalb ist jetzt das Werk des Heiligen Geistes schrittweise diese sündige Natur zu überwinden. Und ich alles in letzter Zeit so wie mit einer Blume. Das heißt, der Geist Gottes übernimmt Schritt für Schritt die Reinigung meines Herzens von allen Angeborenen und Anerzogenen über die Jahre jahrzehntelangen Neigungen. Und das ist ein Kampf, das ist ein Zusammenwirken zwischen Gott und den Menschen. Dieses Zusammenwirken, diese Erneuerung ist nur möglich durch den Heiligen Geist. So, lasst uns das zusammenfassen. Jeder Mensch wurde geschaffen das heißt, Adam wurde geschaffen als Mensch, um in einem im Herzen mit dem Geist Gottes verbündeten Wesen zu leben. Nur dadurch konnte er eine Kraft schöpfen. Sein Geist nahm vom Geiste Gottes und dadurch lebte Adam. Durch den Ungehorsam, weil der Mensch nicht beherrscht ist, sondern wählen kann, auch gegen Gott. Gott zwingt niemanden, das Richtige zu tun. Durch sein Ungehorsam vertreibt er den Geist Gottes aus seinem Herzen. Damit wird der Lehrer, der Böse besetzt ihn mit einer falschen Idee, mit einem falschen Bild über sich selbst, mit der Lüge, mit der fleischlichen, sündigen Natur. Und jetzt kann der Mensch nichts mehr tun, Gutes, deshalb ist er tot. Christus kommt, um den Menschen wieder zum Leben zu bringen, indem er selber, wir haben gesehen, mit den beiden Naturen auf die Welt kommt. Er hat den Heiligen Geist und die sündige Natur von der Maria. und er überwindet durch den Geist das Fleisch und er kreuzigt es in sich selbst. Römer 8 sagt es so deutlich, er überwindet die Sünde im Fleisch, das heißt, dort an der Wurzel wird sie vernichtet und steht wieder auf aus dem Grabe in einem völlig neuen Wesen, aus welchem auch wir wieder auferstehen werden, für die, die sterben oder die, die leben, wenn Jesus kommt, umgewandert werden. Aber bis dahin soll im Leben eines jeden Menschen das wiederhergestellt werden, was Jesus in seinem Leben bis zum Kreuz getan hat. Und damit gibt uns Gott sein Leben, aber die Vermittlung dieses Lebens geht nur über den Heiligen Geist. und dieser kommt wieder in unser Herz durch eine Wahl des Glaubens, durch eine Entscheidung, die ich treffe, nicht unbedingt Jesus anzunehmen und damit ist alles gut, nein, durch eine spezifische Entscheidung, im Gehorsam zu sein, an der Stelle, wo es am allerwichtigsten ist in meinem Leben. Der Mensch ist durch den Sündenfall über sich selbst völlig blind. Der Heilige Geist in unserem Herzen ist die einzige Möglichkeit, dass ich auf mein eigenes Leben wieder Zugang habe. Dass ich wieder Herr werde über mich selbst, geht nur über den Heiligen Geist, dass mich die Sünde nicht mehr provoziert. Ich habe gestern einen Brief gelesen und ich merkte, wie mich das Ganze gefangen nahm. Es war nicht sehr großartig, aber es war etwas Tückisches, was mich störte an dem Brief und innerlich wurde ich gefangen genommen. Und ich merke, ich gehe auf einem, ich merke, ich befinde mich auf einem schlimmen Territorium, das wird mich krank machen, das nimmt mich gefangen, ich bin nicht mehr Herr über mich selbst. Und so schreie ich zu Gott und ich bitte Gott mir klar zu machen, wieso nimmt mich sowas gefangen? Wieso bin ich nicht frei? Und Gott ist so gnädig, dass er durch den Heiligen Geist mir zeigt, wo mich mein Herz gefangen hält und ich sage, Herr, befreie mich. Die Befreiung geht aber nur, indem er mir den Verstand zeigt, wo das Problem liegt und ich sage dann, okay, ich kann mich da nicht befreien, hilf du mir, gib mir die Kraft, übernimm das, was ich nicht tun kann für mich, das ich tun kann. Nur durch den Heiligen Geist bekommt der Mensch eine Selbsterkenntnis und nur durch den Heiligen Geist bekommt er wieder die Fähigkeit zurück, Herr über sich selbst zu sein, weil Gott hat ihn so geschaffen, er ist Herr über sich selbst, wenn er zusammenarbeitet mit dem Heiligen Geist. Deshalb ist die Frucht des Geistes die Liebe und in dieser Liebe ist die Selbstbeherrschung, die Keuschheit, die Reinheit, die Geduld inbegriffen. Deshalb ist ein Mensch, der sich nicht selbst beherrschen kann und auf dem Weg der Lernens des Selbstbeherrschens nicht ist, einer, der unfähig ist, den Geist Gottes nicht hat. Und ja, es gibt Phasen des Lernens. Ich wurde nach meiner Bekehrung, habe ich auch nach vier Wochen mit Fäusten Windschutzscheibe zertrümmert. Es war keine echte, aber es war eine Windschutzscheibe. Nee, Ersatz Windschutzscheibe. Und ich konnte sie mit den Fäusten aus Nervosität, aus Unselbstkontrolle. Ich war zwar neu geboren, aber ich hatte damals noch nicht die Erkenntnis. Aber es wäre schlimm, wenn ich jetzt nach elf Jahren dasselbe wieder täte. Dann müsste ich unwachsam sein, dann müsste ich den Geist Gottes irgendwie rausgetan haben und gesagt haben, jetzt übernehme ich, weil hier muss ich übernehmen. Meine Lieben, deshalb sagt die Bibel im Epheserbrief, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen, mit welchem wir versiegelt sind für die Ewigkeit. Ein neugeborener Mensch hat noch keine Garantie, dass er auch den Weg zu Ende gibt. Ein neugeborener Mensch muss jetzt Schritt für Schritt mit Gottes Geist zusammenarbeiten. Kommt aber der Geist an einen Punkt, wo ich als Mensch sage, das ist mir zu schwer. Ich habe neulich eine Schulung gehalten bei jungen Menschen, die Gott dienen wollen und ich habe versucht, klarzumachen, dass die Sünde, die man einmal überwinden hat, in meinem Leben zum Beispiel, der Fernseher, der Fußball, die Augenlust, wenn das aus meinem Leben weg ist, wenn ich mich jetzt wieder hinsetzen würde oder mich einfach sagen, die Fußball Weltmeistchaft ist so wichtig, die muss ich mir doch anschauen, wenn ich das täte, dann würde ich verlieren, dann würde ich den Geist Gottes betrüben, weil er gesagt, ich habe dich frei gemacht, du musst nicht mehr, früher musstest du, jetzt musst du nicht, wählst du das Böse wieder? Isst du wieder, was du ausgespielen hast? Oh nein, das will ich nie mehr tun. Aber die Jugendlichen fragten mich, naja, gilt das auch für uns oder gilt das nur für dich? Weil wir mögen doch die Filme uns anschauen, zumindest die christlichen Filme. Ja, meine Lieben, der Geist Gottes will in jedem Herzen sein Leben, das Leben Jesu hineinbringen und dort gibt es keinen Platz für Böses, dort gibt es keinen Platz für einen Krimi, dort gibt es keinen Platz nicht einmal für einen christlichen Film, weil es ist eine Täuschung, es ist nicht etwas Göttisch, im Himmel werden wir keine Filme anschauen, zumindest keine Spielfilme, vielleicht können wir auf anderen Welten irgendein Foto mitbringen, weiß es nicht, aber Spielfilme, etwas darstellen, was nicht so ist, das geht nicht. Theater, all das ist nicht existent in Gottes Geist, in seinem Wirken, so die Frage ist nur, will ich es los bekommen, ich muss mich entscheiden, will ich es und diese Entscheidung zwischen mir und dem Heiligen Geist ist ja am Anfang eine einmalige, aber danach wird sie in allen Punkten, die mir der Geist Gottes wieder vor Augen bringt, immer neu getroffen, deshalb muss ich mich jeden Tag neu bekehren, weil ich habe Bereiche in meinem Leben, die sind noch nicht unter seiner Führung und die muss ich erkennen und ich will mich von keinem Brief mehr und von keiner Sache in meinem Leben gefangen nehmen lassen, das Böse soll nicht mehr herrschen über mich, ich möchte es loskommen und ich habe keine Hilfe, also ich gehe zu Gott und bitte ihm um seinen Geist, er hat ihn versprochen, aber er ist versprochen auf Bedingung, deshalb dieses Zusammenspiel denen, die gehorsam sind, die so je mehr gehorsam ich bin, umso mehr Geist habe ich, umso beherrschter bin ich, umso geduldiger bin ich, umso kann ich mein Leben so gestalten, Gott es wollte, dass ich es gestalte. Der Heilige Geist, dieser Satz gefällt mir, bringt mir mein Leben wieder zurück. Er macht mich wieder frei aus der Gefangenschaft des Bösen. Er macht mich frei aus der Gefangenschaft mich selbst zu zerstören. Und über das Werk der Erlösung wollen wir in der nächsten Betrachtung, wo wir weiter betrachten, die Lehren Jesu. Jesus hat uns die Lehre vom Heiligen Geist in besonderer Weise gebracht, weil er uns zeigt, dass ohne diesen Geist keiner von uns erlöst werden kann. Ohne diesen Geist kann keiner Überwinder werden der Sünde. Er kann äußerlich gut darstellen, aber in der Krise fällt er. Mag sein, dass in manchen leichten Krisen er noch aus sich heraus das Richtige tun kann, sozusagen. Aber in der Krise, wo es in seinem Herzen geht, wo er wirklich gefordert wird, wird genau das herauskommen, was dort am Wirken ist. Und wenn das nicht der Heilige Geist ist, sondern mein Stolz und Egoismus, die das Fleisch, dann werde ich beweisen, dass ich nicht fähig bin für den Himmel. Ich brauche den Heiligen Geist. Ich bete täglich für eine neue Erfüllung, weil mir ist klar, von Tag zu Tag, wie ich mit Gott wandle, dass ich ihn immer mehr brauche. Ohne ihn wäre das Schlimmste, was es gibt in meinem Leben. Deshalb will ich ihn in keinster Weise betrüben, möchte in keinster Weise gegen Gottes Willen etwas tun. Achtsam sein. Ich habe ein Gebet in meinem Herzen, das bitte ich Gott und ich sage es ihm immer wieder, mache mich, ich mache mir klar, ich möchte die Sünde hassen, so wie du sie hast. Ich möchte das Böse an der Sünde sehen, so wie du es siehst, weil ich als Mensch sehe es ja nicht, dass es böse ist. Und ich weiß, das Einzige, was Gott mir geben kann und mich befähigen kann, es zu sehen, ist ist sein Geist, der Heilige Geist ist meine einzige Hoffnung auf Erlösung. Und ich bin ihm so dankbar für diese Gabe in meinem Herzen seit dem 7. Juni 2003 und ich möchte um alles in der Welt ihn nicht verlieren. Er ist das Kostbarste, das Kostbarste, was ich haben kann, was ein Mensch haben kann. Eine Gabe Gottes, die alle Gaben zusammenfasst. Ellen Weyth hat einen wunderbaren Satz in dem Buch von dem Berg der Selig, nein, der Weg zu Christus oder Schritte zu Jesus. Sagt dort, ich glaube, es ist am Ende des 7. oder 8. Kapitels oder sogar 6. Wie hoch schätzt Gott den Menschen und die Menschheit. Dass er seinen Sohn gibt, dass er für sie stirbt und seinen Heiligen Geist gibt, damit er ein ständiger Begleiter des Menschen ist. Welche Gnade, welche Liebe möchtest du zusammen mit diesem Geiste wandeln? Dann geht es nicht um eine Theorie, sondern hier geht es um Praxis. Gehorsam zusammenwirken, entscheiden und zusammenarbeiten. Das ist das Werk Gottes in unserem Leben, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Ich möchte mit ihm zusammenwirken, bis das Werk der Erlösung nicht nur begonnen, sondern zum Abschluss kommt. Aber darüber nächstes Amen.